Oh yeah, Elektro-Schlott! Moin Kinder! Wir haben uns schon eine Weile nicht mehr gesehen. Und es liegt schlicht und einfach daran, dass ich lustlos bin. Ich habe keinen Bock, Videos zu machen. Es ist alles so... Ich habe jetzt mir einen schönen Gaming-PC zusammen gebastelt. Für Gaming on Linux natürlich. Das geht. Danke, Steam sei Dank. Und zockt die ganze Zeit RimWorld und Factorio und irgendwelche anderen Geschichten. Und da ist einfach keine Zeit, um großartig Videos zu machen. Vor allem deswegen, weil ich ein kurzes Experiment gemacht hatte, ob ich vielleicht diesen Let's-Play-Kram machen will. Aber dann habe ich festgestellt, es lenkt so stark vom Spielen ab. Das nervt auch. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, und so fühlte ich mich eigentlich ganz wohl in meinem Winterschläfchen. Und eines Tages sagt mir DHL in der Packstation sein Paket. Von einer mir vollständig unbekannten Person. Erster Gedanke, auch scheiße Antragsspuren. Zweiter Gedanke, cool Bombefeuerwerk. Dritter Gedanke, ja warte mal. Sollte da irgendjemand die Packstation-Adresse notiert haben, die ich eigentlich überall weggetan habe und mir nochmal ein Paket geschickt habe? Sieht ganz so aus. Sieht ganz so aus. Zumindest interpretiere ich diese sehr kunstvoll gefertigte Aufschrift auf dem Paket von Daniel aus Porta Vestfalica so, dass es sich wohl um etwas handelt, was ich im Video auspacken soll. Und da bin ich ja nicht so. Da kennt ihr mich. Da bin ich kooperativ. Sowas packe ich dann auch im Video aus. Und damit das so richtig Spaß macht, werde ich jetzt diese Kamera hier, diese, nehmen und die nach da oben montieren. Also das Stativdings hochschrauben, damit ihr da reingucken könnt in das Paket. Und dann schauen wir einfach mal, was drin ist. So, unter Nutzung des altbekannten Profi-Werkzeugs geht es jetzt diesem Karton hier ankragen. Ja, schauen wir einfach mal. Eine sehr professionelle Verklebung. Allerdings kann die Verklebung mangels der Verwendung von Duct Tape nicht wirklich konkurrieren. Mit dem wirklich, also ich muss es nochmal reinzeigen, ja, sicher, die Aufschrift ist extrem cool geworden. Daniel, das ist ein Killer. Allein mit der Aufschrift hast du mir schon sehr viel Freude gemacht. Ich denke, das war das Ziel. Ich glaube, ich muss mal eine neue Klingel in das Skypill reintun. Und momentan scheint dieses Implement knapp weniger scharf, als meine Haustürschlücke zu sein. So, dann wollen wir nochmal schauen, was wir hier haben. Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte ja schon auf Bier gehofft oder so, ja, oder Whisky, aber nein, 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 nein. Also schauen wir mal, wir haben hier eine Kombi-Mehlbacke offensichtlich von, ja, kommt gleich. Hier, neue Mehlbacke, dieses Mal von Linda und Daniel aus Porta. Kannst du ruhig sagen im Video. Entschuldigung, hatte ich schon. Vielen Dank für deine YouTube-Videos. Vielleicht ist ja was Brauchbares dabei, bei all dem Schrott, den wir zusammengesucht haben. Viele Grüße, Daniel und Linda. Danke, Daniel und Linda. Linda und Daniel. Insbesondere deswegen, weil ich vermute, dass Linda das geschrieben hat. Und ich kriege ja nicht so wahnsinnig oft Zuschriften von Damen hier, ja. Aus irgendeinem Grund sind die nicht so elektronisch. Finde ich schade. An dieser Stelle mein Aufruf, mehr Frauen in die Elektronik, mehr Frauen in die IT, mehr Frauen in vernünftige Berufe. Mädels, ihr könnt das. Lasst euch nicht von Typen einreden, dass ihr zu doof seid. Ah, sehr viel Kram. Wir haben ein paar verpackte Sachen. Die verpackten machen wir zuletzt, vorher den richtigen Müll. Was ist denn zum Beispiel das hier? Oh, ein Wassermelder. Das ist, das hat was. Und zwar, ich entkable das mal. So ein kleines Gerät, Reset-Fühler. Der Fühleranschluss scheint ein normaler Klinkensteckeranschluss zu sein. Ja, Klinke. Wahrscheinlich eine kleine Monoklinke. Muss ich mal ausprobieren, ob das noch funktioniert. Weil wir haben ja so einen Keller, in dem es schon mal einen fiesen Wasserschaden gab, wegen so einem Heizgerät. Und sowas wollte ich mir immer mal selber machen. Bin ich dazu gekommen, war zu faul. Vielleicht funktioniert es noch. Vielleicht kriege ich das irgendwie mit dem Sensor hin. Dann wäre das gar nicht so schlecht. Gut. Was ist das denn? Also es ist irgendwas drin, was nach einem Leuchtmittel aussieht. Hinten steht drauf, Aritec AB303. 115 mA, hier da, könnt ihr selber sehen. Meine Vermutung wäre, dass das innen drin eine Filament-LED ist. Und dass das irgendwie so ein Warnblitzer oder sowas sein könnte. Und schwer zu erkennen, eine Antenne. Und zwar würde ich vermuten, entweder DVB-T oder ganz normal FM-Radio. Wahrscheinlich FM-Radio. So in diesem Aufsteller so Zimmerantennen-Dings fürs Radio. Ein Lüfterlein. Lüfterlein werden bei mir immer aufgehoben. Braucht man gelegentlich kein PC. Ein Olympus-Ladegerät. Für irgendeine Akkubauform, die ich so noch nie gesehen habe. Mal meine Frau fragen. Meine Frau hat eine Menge Olympus-Equipment. Vielleicht ist da irgendwas dabei, wo sie den gebrauchen kann. Stecker-Netzteil. Irgendwas Spezielles. Sieht sehr speziell aus. Dürfte von irgendeinem Handy sein oder so. Ist irgendwas Proprietäres. Siemens. Ja, könnte von einem Siemens-Gigaset oder so sein. Aber wenn dann eins von den neuen. Die älteren, so wie wir sie haben, haben einen anderen Anschluss. Ich glaube, ich muss mal gucken. Stecker-Netzteil, USB. Hat so diesen gewissen Apple-Touch mit diesen Austauschbahnen hier. Ich glaube, das ist ein Apple-Netzteil. iPod-USB-Power-Adapter. Hoffentlich funktionieren dann noch. Die Dinger kann ich immer wiederholen. Flach-Netzwerk-Kabel. Habe ich sogar schon irgendwo mal rumfliegen, sowas. Und sogar schon benutzt. Ja, genau. Mein Steam-Link hängt mit sowas am Netzwerk. Mir nicht schlecht. Etwas vom Telestar. Starflex. Aktive Zimmerantenne für DVB-T. Ich habe bloß das Gefühl, dass das, was daran fehlt, die aktive Zimmerantenne ist. Das hier dürfte wahrscheinlich der Verstärker dafür sein. Also ist das hier wahrscheinlich ein DVB-T-Antennenverstärker. Verstärker vermute ich mal so. Ein Grundeck-Telefon. Grundeck-Baut-Telefone heutzutage. Ist das? Sieht gar nicht mal so hässlich aus. Ich habe so meine Zweifel dran, dass es funktioniert. Aber schauen wir mal. Vielleicht ist sogar noch eine Basis-Station dabei. Noch ein Netzteil. Noch ein Netzteil. Was haben wir hier? Artin. Was auch immer das ist. 1,8 Watt. 9 Volt. Also 200 Milliampere. Das ist geil. Es scheint ein Walkie-Talkie zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht ist hier auch noch das Zweite. Nummer 2 ist nicht dabei. Es ist also nur ein Walkie oder ein Wall-Toll. Wie auch immer man das sehen will. Auf jeden Fall. Achtet mal auf den Hersteller. Achtet schon dafür muss ich es behalten. Sehr geil. Es steht Nokia drauf. Interessanterweise ist es hier ein Dingens, wo Nokia draufsteht. Und hier Earbuds, wo Sony Ericsson draufsteht. Und hier sind Nokia. Also ich würde mal sagen, es sind jeweils ein Headset von Sony Ericsson und eins von Nokia. Ich habe keine Ahnung. Das Mystery-Gerät kann so ein bisschen hochgestellt werden. hat Telefon und Strom- und Strom-Eingänge. Anrufbeantworterzeichen. Okay. Es handelt sich mit ziemlicher Sicherheit um die Basisstation eines Telefons. Und zwar eines Telefons von Sinio. Sinio A1 Silver. Ich meine, rein vom Design her könnte es zusammengehören. Aber ich weiß nicht, Sinio und Grunde. Ich gehöre Sinio und Grunde irgendwie zusammen. Linda, Daniel, hinterlasst mal einen Kommentar, ob das hier zusammengehört. Ein Steckernetzteil, 9 Volt, 150 Milliampere. Ein Telefonkabel für analoges Telefon. Ich habe einen ganz verrückten Grund, warum ich damit tatsächlich relativ wenig anfangen kann. Wisst ihr, was ich hier habe? ISDN. Es gibt irgendeinen verrückten, abgefuckten, organisatorischen Grund, warum die Telekom bei mir noch nicht auf Analogkram, äh Quatsch, Analogkram, auf Weiß-Over-IP umgestellt hat, sondern mir mein ISDN lässt. Da brauche ich dann nur Cat5-Patschkabel. Patschkabel. Patsch, 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 Patsch. Steckernetzteil. Ah, was sagt dieses Netzteil? Dieses Netzteil sagt Sony Ericsson. Gut, ich vermute, dass dieses Sony Ericsson-Steckernetzteil irgendwas zu tun hat mit diesem Sony Ericsson-Headset. Ein SATA-Kabel. Wie unerwartet noch ein Steckernetzteil. Nochmal Sony Ericsson. Ich glaube, Familie Linda und Daniel geht auf Sony Ericsson ab. Einpoliges Cinch-Kabel. Einpoliges Cinch-Kabel. Einpoliges Cinch-Kabel. Einpoliges Cinch-Kabel. Nein. Doppel-Chinch-Buchse auf Klinken-Buchse-Adapter. Den habe ich noch nicht. Das ist neu. Kann man bestimmt mit auch. Das ist für die Anlage oder für die Stereoanlage immer toll, sowas. Sony Fernbedienung von einem Blu-Ray-Player. Hm. AMT BP 104p. Ich glaube, den lege ich mir mal auf Halde, falls ich mal einen Sony geriert habe. Oh, sowas benötigt wird. Großes Netzteil Carriera von einer Autorembahn. Fun Fact, ich wollte sowas immer haben, habe es nie bekommen. Hatte stattdessen immer Lego. Lego hat mein logisches Denken geschult. Ich bin Software-Entwickler geworden und ein total geiler Typ. Es war wahrscheinlich ganz gut so. Obwohl, ich war wahrscheinlich auch ein geiler Typ. Ohne Lego und mit Carriera oder mit beiden. Na gut, man kann nicht alles hören. Merkwürdige Non-Standard-Anschlüsse. Wahrscheinlich für irgendeinen Carriera-Kram. Zweimal 14,8 Volt bei 350 mAh. Na gut. Euro-Stecker-Kabel und zwar hier so eins mit den Kernen drin. Habe ich neulich mein letztes verbraucht. Prima. Aus der Kategorie Anschlüsse, die ich so noch nicht gesehen habe. Ein Adapter von USB auf vierpoligen Klinkenstecker. Äh. Könnte was hier mit zu tun haben. USB2GO von Ansmann. Ne, glaube ich nicht. Das ist einfach nur ein, äh, ein, ein, ein USB-Stecker-Netzteil. 750 mAh. Ich bin gespannt, ob noch ein Gerät auftaucht, das irgendwie zu diesem sehr, sehr merkwürdigen Adapter kann. Speicher. Ist ziemlich geil, dieser Speicher. Ich habe ja normalerweise immer Corsair. Was ist denn das? Ein Gigabyte PC 3200 DDR. Och, ist ja schnuffig. Wann ich mal DDR2? Tja, da findest du heute auch kein Board mehr, wo sowas von gepasst. Eine Antenne. Ähm. Nicht durch, es schwankt in der Gedönsding. Wo ist es denn jetzt? Ich habe doch alles ordentlich hier auf einen Haufen geschmissen. Ja, hier, Antenne, Lügel. Der hat's hier fix, Halleluja, bin ich denn? Blöde? Was ist es denn? Ich hatte noch. Äh, Leute, bin ich völlig sprallo hier, oder was? Äh, äh, ja, äh, ich find's nicht mehr. Was ist noch da? Ich hab's ja nicht weggeworfen, oder so. Das ist garantiert die Antenne für den, äh, ich hab euch gerade verrückt. Das ist garantiert die Antenne für den, 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 den aktiven DVB-T-Dings. Nicht, dass ein aktiver DVB-T-Empfänger sehr viel Sinn ergeben würde, ähm, wenn DVB-T demnächst doch DVB-T2 abgelöstet wird. Da, da, retten. Ja, bingo. Aktive DVB-T-Antenne. Und, äh, äh, es wird ein 6-Volt-Steckernetzteil haben, ähm, es wird ja mit verrückten Dingen zugehen, wenn dieses Steckernetzteil nicht zufällig, na, sie juckt, irgendwo da drin. Ja, muss ich nachher mal schauen, ob eins davon dazu passt. Ähm, ja, 5-Volt-Adapter für Autodingsbums. Aber offensichtlich eins von den besseren Teilen hat sogar eine kleine Sichtung drin, auf 3 Ampere abgesichert. Möglicherweise ist nicht nur ein 7805er Spannungslegler drin, was man bisweilen sieht, also ich kann, äh, dann hier nochmal ein Kabel von, das sieht für mich aus wie so ein Micro-USB auf, äh, ein Mono-Audio- und Video-Signal. Das ist typisch für Digitalkameras aus einer gewissen Periode. Ich tippe auf eine Sony, dem Kabel nach. Äh, 4SIM C55, ah ja, das wird ein Ladegerät für ein Siemens C55 sein, also ein Handy. Ein etwas altertümliches Handy. Äh, Patch-Kabel, sieht ein bisschen, also steht CAT5 drauf. Äh, ich tippe hier einfach mal auf Selbstgemacht, da, hier sieht es ja handarbeitlich aus. Äh, ist vielleicht nicht ganz das Richtige für meine Installation. Ähm, äh, USB, Mikro-USB-Kabel. Stecker-Netzteil, 4,5 Volt, 800 Milliampere. SCART-Kabel, putzig, wer es noch kennt, wisst ihr, das war das, bevor HDMI und so. Äh, USB-A-Kabel, werdet lachen, habe ich neulich ein langes gebraucht. Ähm, Mini-USB, also hier nicht Mikro, was man heutzutage hat, sondern eine Mini-Generation davor. Prima zum Laden der Playstation 3, ähm, Controller, Antennenkabel. Ein schönes langes Euro-Strom-Kabel. Äh, Ersatz-LEDs für eine Lichterkette. Äh, ein, äh, Ladekabel mit proprietärem Anschluss. Ich, puh, ja, keine Ahnung, was weiß ich, was das für einer ist. Auf jeden Fall USB und ein sehr langes Kabel, könnte ein Ladekabel sein oder auch ein Datenkabel. Was weiß ich. Adapter von PS2 auf USB, praktisch bei einer Tastatur an einem ganz alten Rechner hat er. Also ein Rechner, der älter, setzt die meisten von euch, weil ihr habt ja alle USB, ne. PS2 kennt ja gar nicht mehr. Tastaturen mit DIN-Anschluss schon gar nicht. Offensichtlich sind Daniel und Linda schon eher so mindestens mit 30er. Äh, ja, so ein, äh, kleines Kabel mit Westernsteckern dürfte wahrscheinlich Telefonanschlusskabel sein. Irgendwo. CPU-Kühler. Ähm, ich glaube nicht ganz komplett. Ich hätte erwartet, dass er an dem Ende hier noch irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine Dingens ist. Könnte aber auch komplett sein und einfach nur für irgendein System, wo ich jetzt mit der Halterung nicht so vertraut bin. War offensichtlich ein paar Jahre im Einsatz, weil, pff, ja, wie das halt so ist bei den Kindern. Das könnte eine, äh, Steckkarte oder sowas sein oder eine Tafel Schokolade. Das fühlt sich leider eher nach Steckkarte an. Oder nach dem Innenleben einer Floppy, an der sich selber jemand versucht hat. Wir haben hier den, äh, ja genau, ist von der Floppy, äh, Motorschlitten ohne Schreiblesekopf und, äh, hier ist noch ein kleiner Motor. Das könnte eine Wurst sein oder keine Wurst. Das ist ja süß. Ein, äh, ein VFD, äh, Display. Das sieht zumindest aus wie ein VFD. Mit, äh, Bestriftung HD, HDMI, X. Also das ist wahrscheinlich die Displayplatine von einem Festplattenrecoller, würde ich mal vermuten. Ähm, keine Hinweise drauf, aus was für einem Gerät das sein könnte. Äh, äh, es ist eine ganz ordentliche Platine. Es könnte irgendein Markengerät sein. Bei den ganz billigen Chinesen sehen die normalerweise scheiße aus. Äh, fragt mich nicht, was es genau ist oder von wem. Ein Infrarotempfänger noch drauf. Und das andere hier, da hätte ich jetzt mal die Vermutung, dass das möglicherweise sogar aus demselben Gerät, was Platinendesign sehr ähnlich ist, äh, USB-Anschluss für eine externe Platte vielleicht war. Und, äh, möglicherweise konnte man das irgendwo anstecken. Dazu gab es mit Sicherheit noch irgendwo ein Mainboard, wo das Kabel hier hinging und wo das Kabel hier abging. Weil hier ist kein Steckerl drauf. Schokolade? Nein. Ähm, Schaltnetzteil statt Schokolade. Und zwar eins von Mitsumi. Kondensatoren sehen noch alle fit aus. Ja, das ist eine Sache, die ich bei Japanern im Vergleich zu Chinesen liebe, ne. Die beschriften immer ihre Sachen schön brav und ordentlich. Da steht da noch sogar drauf, was man hier rauskriegt. Was hat er denn? Äh, Power-on 5.6 kurzschließen. Dann, äh, Masse, unswitch 12V, 5,8V, stabilisierte 5V, stabilisierte 12V und Pin 11 ist ATA-P-Cont. Also das wird wahrscheinlich, ähm, auch von irgendwas sein, wo eine Festplatte drin war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es möglicherweise die Platine von dem, äh, Festplattenrekorder ist, zu dem das Display da gehört. Ähm, würde Sinn ergeben, weil das Platinenlayout sieht auch wieder sehr ähnlich aus. Und bei dem anderen, wie gesagt, die Platine sah eher japanisch als chinesisch aus. Das gilt auch für die hier, wenn man, ich weiß es allein deswegen, weil mit Zomi draufsteht. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz ordentliches Netzteil. Also das werde ich mal aufheben. Vielleicht baue ich ja doch nochmal irgendwann was und kann sowas gebrauchen, wer weiß. Hm, mal schauen. Liebe Länder, lieber Daniel, vielen, vielen Dank für das Paket. Ähm, nicht traurig sein, wenn ich vielleicht nicht ganz so extatisch war. Äh, der Punkt ist, die Elektroschrottphase ist im Moment vorbei. Ähm, ich werde aber tatsächlich dieses Video- Video hier nochmal für euch extra nochmal mit einem Elektroschrott-Vorspann rendern und in die entsprechende Serie aufnehmen, weil es ist ja ein Elektroschrott-Video der klassischsten Art. Ja, muss man ja schon mal sagen. Also okay, ihr kriegt nochmal ein Elektroschrott-Video von mir für dieses Paket. Für alle anderen, die sich denken, dass sie mir unbedingt was schicken wollen, würde ich sagen, was mich im Moment sehr viel mehr interessieren würde, wären A. Funktionierende E-Zigaretten und E-Zigaretten-Zuhörer. A. Coole Sache. Oder B. Bier. Oder C. Cognac. Cognac ist immer gut. Ich nehme auch immer gerne Chocolat. Chocolat ist klasse. Oder, ja eigentlich müsst ihr mir gar nichts schicken. Aber wenn ihr wollt, dass ich irgendwie Sachen auspacke, dann würde ich empfehlen, eventuell keine Steckernetzteile mehr zu schicken. Wisst ihr, wie ein Umzugskarton voller Steckernetzteile aussieht? Huuu, ich weiß das, ich weiß das. Egal. War trotzdem cool. Ein paar von den Sachen definitiv auch hilfreich. Und ein paar von den Adapterkabeln sind das, was ich immer mal wieder suche und nie hatte. Also, alles wunderbar. Und in diesem Sinne, als Abschied von diesem wahrscheinlich vorerst lange Zeit letzten Elektrostrott-Video. Tschüssing. Ich habe eine Lampe auf dem Kopf. Ich bin die Tades. Wuuu, 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 wuuu.